Zum Tagesgespräch begrüße ich im Berliner Hauptstadtstudio Roderich Kiesewetter, Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Und außerdem sind Sie auch noch Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. In beiden Funktionen sagen Sie sicher, nein, keine Bodentruppen der Deutschen Bundeswehr nach Syrien. Guten Morgen, Herr Stelter. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass wir an einem politischen Gesamtkonzept arbeiten. Und das Zweite ist, dass wir sehr deutlich unterscheiden zwischen Syrien und Irak. Der Irak ist noch in seiner staatlichen Einheit erhalten. Es gibt dort stabile Zonen, auch ruhige Zonen im Norden. Und uns muss es darum gehen, dass der Irak in seiner Staatlichkeit erhalten bleibt. Für Syrien ist ein Einsatz von Bodentruppen außerhalb Syriens, von der Bundeswehr zum Beispiel, auszuschließen. Wir wissen ja nicht mal, wen wir unterstützen. Es gibt keine politische Strategie für Syrien. Aber für uns umso wichtiger, wir brauchen ein UN-Mandat und ein Gesamtkonzept, um den Irak zu erhalten. Und Staaten wie Jordanien oder Libanon, die ein Viertel bis ein Drittel ihrer Bevölkerung mit Flüchtlingen aufgenommen haben, zu stabilisieren. Das ist das Entscheidende. Die Vereinigten Staaten haben sich in Gänsefüßchen an die Spitze der Bewegung gestellt. Sie müssten auch das politische Konzept liefern, oder? Nein, das ist nicht Sache der Amerikaner allein. Das ist Sache der Vereinten Nationen, aber auch eine wichtige Aufgabe für Deutschland. Wir haben zusammen mit einigen anderen Partnern, den fünf permanenten Mächten im Weltsicherheitsrat, ein Konzept für den Iran entwickelt. Ich denke, dass Deutschland auch mit unserem Außenminister und unserer Bundeskanzlerin hervorragend aufgestellt ist, international diplomatisch zu wirken. Das Militär kann da nur eine ganz kleine Rolle in einem Gesamtkonzept spielen. Das sehen wir 2003 im Irak gab es kein politisches Konzept, genauso wie in Libyen 2011. Und ich glaube, wir sollten gerade aus dem Irakeinsatz 2003 und Libyen 2011 lernen, dass wir vom Ende her denken. Am Ende muss stehen eine befriedete Zivilgesellschaft und eine erhaltene Staatlichkeit. Und eben nicht das Chaos, das ein Krieg dann hervorruft. Ist die Zusammenkunft von Vertretern der Staaten, die sich im Kampf gegen den Terror vereint haben, heute auf einer Luftwaffenbasis nahe Washington ein erster Schritt? Ja, das ist zumindest einer von drei Schritten. Die ISIS lässt sich nicht militärisch allein bekämpfen, aber zunächst, um Zeit zu gewinnen, sind militärische Einsätze und Schläge sehr wirksam. Das wird aus der Luft gemacht. Zweitens müssen wir die ISIS finanziell austrocknen. Auch dafür brauchen wir die Türkei, weil über die Türkei, wie aber auch Kuwait, Geldströme fließen, auch Geld gewaschen wird für solche Organisationen. Und drittens müssen wir auch die ISIS moralisch diskreditieren. Das ist sehr hilfreich, dass die religiösen Führer Saudi-Arabiens in einer Fatwa deutlich gemacht haben, dass das, was die ISIS macht, nicht zum Islam passt. Also, das sind drei Bereiche, an die wir denken müssen. Das Militär ist nur ein Baustein. Sie haben das Stichwort Türkei genannt. Die liegt nicht so ganz auf der Linie des Westens und der NATO. Die Türkei hat natürlich als betroffener Staat auch sehr starke Eigeninteressen. Stellen Sie sich vor, so etwas würde vor unserer Haustür passieren. Deshalb ist nachzuvollziehen, dass die Türkei ein gewisses Abwarten eingegangen ist. Nur, dieses Abwarten darf nicht dazu führen, dass der Irak zerfällt und die Türkei und andere zuschauen, wie die ISIS immer weiter vormarschiert. Wir müssen sehr stark auch auf die Türkei diplomatisch einwirken, dass sie mithilft, dass der Irak in seiner Staatlichkeit erhalten bleibt. Auch damit nicht die ganze Region mit Syrien und dem Irak und so weiter zerfällt. Und das Zweite ist, wir müssen auch die Sicherheitsinteressen der Türkei verstehen mit Blick auf die unterschiedlichen Gruppen von Kurden. Wir sollten verhindern, dass ein kurdischer Pufferstaat entsteht. Das ist im Interesse der Türkei. Aber sie suchen sich die ihnen genehmen Kurden aus. Wir unterstützen ja auch nicht die PKK. Die PKK bleibt bei uns als Terrororganisation gelistet. Aber wir unterstützen die Peschmerga, weil sie für Stabilität sorgen und einen staatlichen Auftrag der Zentralregierung aus Bagdad hat. Sie waren als oberster Bundeswehr in hohen NATO-Verwendungen tätig. Verstehen Sie den NATO-Partner Türkei, wenn er den Amerikanern nicht die Luftwaffenbasen zur Verfügung stellt? Das ist ja noch in den Verhandlungen und ich bin zuversichtlich, dass die Verhandlungen dazu führen, dass Incilik zum Beispiel als Basis oder auch andere genutzt werden. Aber die Türkei hat natürlich eigene Interessen und sie sollte ihre Interessen in den Dienst der westlichen Gemeinschaft stellen. Die Türkei muss mithelfen, dass die Kurden vor Ort eine Perspektive haben und dass das Massenmorden der ISIS, die ungeheuren Schandtaten, die diese begehen, die ans Mittelalter erinnern, dass die abrupt eingedämmt werden. An der Grenze stehen und zuschauen geht genauso wenig wie einen NATO-Fall zu provozieren. Deshalb brauchen wir die politische Lösung und mein Plädoyer ist, dass wir ähnlich wie früher im Kosovo in Rambouillet in Paris verhandelt haben oder ganz früher für den Iran, auch außerhalb des Irans verhandelt haben, dass wir eine große Konferenz zur Zukunft des Irak brauchen. Und hierbei spielt die Türkei eine Rolle, aber eben auch Russland. Ich sehe gerade die Lösung der Irak-Frage als die Chance, Russland gesichtswahrend an den Diplomatentisch zurückzuholen. Über all dem darf man die Menschen nicht vergessen, die als Flüchtlinge durch das Land streifen oder in Lagern leben müssen, die unwürdig sind. Was kann Deutschland tun, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern? Wir leisten sehr viel humanitäre Hilfe. Es sind bereits 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Deutschland stellt sich darauf ein, weitere humanitäre Hilfe zu leisten. Dazu unterstützen wir mit Waffen die Peschmerga und auch Ausbildung. Des Weiteren können wir Deutschen, wenn es zu einem UN-Mandat kommt, Dinge beitragen, die andere Staaten in der Form nicht haben, beispielsweise Logistik oder aber Aufklärung. Deutschland hat sehr gute Aufklärungsmöglichkeiten und wir haben Weitverkehr, Fernmeldemöglichkeiten, sodass wir über lange Distanzen den Informationsaustausch zwischen der Krisenregion und den unterstützenden Staaten organisieren könnten. Deutschland hat Fähigkeiten, die man nicht in Bodentruppen braucht, sondern die überhaupt einen Einsatz im Rahmen eines UN-Mandats ermöglichen. Aber zuerst ist Deutschland gefordert, mitzuwirken, dass wir ein UN-Mandat für den Irak erreichen. Roderich Kiesewetter, der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss, danke nach Berlin. Danke.